Grüße euch, Braguay Live! Hinten das heutige Thema, ein individuell geplantes Einfamilienhaus mit 3 Zimmer, Ankleider und einem Bad und eine sehr schöne Terrasse. Falls ihr Interesse habt, ungefähr 120 Quadratmeter, bleibt einfach dran! So, zeig mal etwas Umgebung. Hier ist der Rohbauzustand etwas mehr. Man kann es erkennen, was mich immer begeistert, ist zum Beispiel das Gerüst, kann man hinten sehen, in Anführungszeichen. Aber das sind die Paraguayern. Top-Arbeit mit einfachen Mitteln, aber hochwertig gearbeitet. Lass uns doch mal einige Details hier sehen. Wie ihr seht, das sind die Kolumnen von der Terrasse. Ja, noch ohne Endbelag. Hier sind die Sparen und keramische Dachziegel. So, da hoffe ich, dass man hier die Sparen schon etwas besser erkennen kann. Also, ich finde diese Änderungen, diese Rundungen, besser gesagt, auch sehr schön, sehr attraktiv und auch hochwertig. So, das Sichtmauerwerk habe ich schon angesprochen. Unten sind normalerweise Steinfundamente, die natürlich noch gereinigt, entbehandelt werden. Je nach Wünschen des Kunden können wir diese nochmal mit Natursteinen verkleiden. Das machen wir auf die anderen Baustelle, werde ich euch im nächsten Video sicherlich zeigen. Da sieht man auch bodentiefe Fensterelemente und ein Standardfenster von 1,60 x 1,10. So, da kann man nochmal kurz reinschauen in das Zimmer, weil ich noch die Fenster noch nicht drin habe. Und natürlich der Endbelag, sprich Fliesen. Auch noch nicht da sind. Das wird ja vorbereitet schon für die Außenbeleuchtung. Und wenn ich schon da bin, da fahre ich ja hoch und zeige euch nochmal die Sparen. So, da sind wir innen drin. Ihr seht, also einfach individuell freigeplantes Haus. Sehr gute Idee. Ich gebe euch unten auch Link, wo ihr auch selbst, ja, ihr selbst, euer eigenes Haus planen könnt. Einfach klasse Sache, glaubt mir das. Das haben schon sehr, sehr viele von unseren Kunden einfach genutzt. Und mit unserer Hilfe, beziehungsweise mit Hilfe des Architekten, sind wir zu perfekten Häuser, und zwar Wunschhäuser, von euch gekommen. Aber, wir gehen weiter durch das Haus. Bleibt dran. So, da wird noch der Stachstuhl so fein geschliffen. Da sind noch extra Holzbalken eingebaut worden. So im Küchenbereich. Und die Wände, wie man sieht, sind schon gründet und praktisch für den Endanstrich vorbereitet. So, da müsst ihr einfach so die einfache Leiter schauen. So, ich muss gucken, dass ich wieder nicht gegen die Sonne drehe. Also, gehe ich einfach mal nach oben mit der Kamera. Und da könnt ihr... Genau. Das Dach sehen, also das ist ja das typische Dach. Also, geöffnet, keine untergehangene Decke, damit da keine Fische reinkommen. Also, ich werde immer, immer, immer wieder euch raten. Dann, solche Standardlösungen zu nehmen. Schon mal vorbereitet. Wie man auch hier sieht, mit Leerrohren. So, wir benutzen auch, wie man sieht, Holzrahmen. Also, für die, für die, für die Innentüren. Und wie schon erwähnt, die Wände sind schon gründet worden. So, da könnt ihr noch hintersehen, wie die Jungs arbeiten, ganz einfach, ohne Probleme und kommen sehr gut voran. Und ich kann euch einfach garantieren, dass, falls ihr solche Häuser oder ähnliche Häuser nach euren Wünschen plant, da seid ihr auf jeden Fall bei uns, also in unserem Paraguay-Liveteam, auf jeden Fall auf die richtige Adresse. Warum? Weil wir einfach nicht die Billigsten sind. Nein, 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 billig kommt immer teuer. Aber auf jeden Fall vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Beste. Das müsst ihr euch merken und das garantiere ich euch. Wie gesagt, Qualität zählt sich immer aus. Also noch kleinere Fenster hier von der Terrasse-Seite aus gesehen. So, einfach von dem Schatten weg. So, das ist also die schöne große Terrasse, die nachher natürlich noch den Endbelag bekommt und drumherum noch richtig gereinigt wird. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, eure persönliche Entscheidung zu treffen und vielleicht doch nach Paraguay zu kommen und sich eins von solchen Häuser einfach mal aussuchen. Also, nehmt den Mut, zeichnet euer Haus, setzt euch mit mir in Verbindung. Wir verbessern, wenn es nötig ist, eure Zeichnung, geben euch natürlich Komplettpreis inklusive Grundstücke und arbeiten nach euren Wünschen. Also, wo habt ihr solchen Service? Ich glaube, es ist schwer zu bekommen. So, einfach gegen die Sonne schützen. Genau. Teilt das Video. Auf jeden Fall immer mit dem Lächeln im Gesicht. Das Leben. Habt ihr nur ein Leben. Also, warum sich erärgern? Hier habt ihr also wirklich sichere Zukunft. Es funktioniert. Wir wohnen hier schon seit 20 Jahren. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich das liebste Land mit sehr freundlichen Menschen, wo man wirklich, wenn man sich etwas anpasst an riesige Gegebenheiten und behandelt die Menschen dementsprechend auf dem gleichen Niveau, habt ihr das beste Leben eures Gesamtlebens. Also, ich bin 100% davon überzeugt. Falls ihr noch weitere Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren bitte. Wenn nicht, anrufen per WhatsApp oder Telegram. Wie auch immer. Wir stehen zu eurer Verfügung. Und auch per E-Mail sind wir selbstverständlich erreichbar. Also, teilt das Video. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.